Hallo Leute und willkommen zurück zu Dark Parables Rapunzels Gesang. Ja, es geht weiter hier im schönen Wimmelbildspiel. Ja, ja, ja. Das ist schön. Ich weiß gar nicht, wo lang. Edelweißkugel, Feuerrosenkugel, Mähungfrauenflosse, silberne Brosche. Ich weiß gar nicht mehr, was wir zuletzt machen wollten. Achso, ich hab die Kamera nach unten gepackt, weil sie ja irgendwie hier oben wohl mehr störte. Aber ja, so kann ich den Tipp noch erkennen. Und ich hoffe, sie liegt jetzt gut so. Ist halt blöd, dass man hier hinter jetzt gerade, hinter mich jetzt hier, ich glaube, es ist völlig egal, wo ich sie hinpacke, ob oben rechts oder unten rechts. Ja, passt schon. Jetzt hab ich sie da mal wieder. Ich ändere das ja gerne mal. Ja, hatten wir die Parabeln eigentlich gehört? Oder wollten wir die noch hören? Oh, jetzt weiß ich nicht, ob wir die schon gehört hatten. Das ist natürlich blöd. Schneewittchen und der Feuerbritz, genau. Das hatten wir noch nicht gehört, aber wir wollten nach Reihenfolge, glaube ich, gehen. Ja, gut, dann, ich mach mal einen Tipp, damit ich überhaupt mal starten kann, wo lang. Ich hab nämlich grad keinen Plan. Ah, okay. Ich komm schon irgendwie wieder rein. So, jetzt hab ich hier noch was gefunden. Was hab ich denn hier gefunden? Bella Donna Kamee. Oh Gott. Ja, sorry, wenn ihr jetzt irgendwie voll den Überblick noch habt und wisst, wo was ist. Ich hab jetzt schon wieder mindestens eine Woche nicht gespielt. Ich muss erst mal wieder reinkommen. Die Kameen. Die Kameen, die hatten wir doch aber irgendwo schon reingesetzt. Da meine ich mich zu erinnern. Ähm, ich weiß jetzt noch nicht mehr, wo diese Kameen waren. Da kommen wir gerade her. Waren die vier? Ja, ne? Ah, cool. So, zack. Ich wollte nichts weiter als meinem Königreich eine gute Königin sein und die Herzen aller gewinnen. Niemals hätte ich auf die Amme Gotel hören sollen. Ich bin schuld an allem Unglück. Und mit meinem letzten Atemzug gebe ich Bella Donna in die Obhut der lieben Rapunzel. Ein nettes, aber etwas trauriges Bild. Wer mag es gezeichnet haben? Melanie? Wer ist Melanie? Naja, haben wir von der hatten wir auch schon gehört. Ähm... Bella Donna ist also zu Rapunzel gekommen. Aha. War da jetzt noch was? Oder nur das? Okay. Jetzt einmal noch haben wir es schon eingesammelt. Frühlings-Pouquet. Ähm... Kann das hier vielleicht da rein? Nein. Ähm... Hm. Ich weiß nicht. Das hatte ich schon ausprobiert. Das weiß ich noch. Die Kugel glaube ich auch nicht. Nee, die passt auch zu der. Schöner Springenbrunnen und so. Auch nicht. Ja, dann gehen wir wieder. Da sollen wir jetzt hin. Okay. Eine Schlange, die ich nicht weiß, wie ich sie loswerden kann. Ach ja, das Problem. Da könnte was Nützliches drin sein. Da hatten wir Stacheldraht. Und den Blumen ja wohl nicht hier. Kann ich die Blumen hier irgendwo anders? Kann ich die Blumen damit... Nee. Was kann ich denn dann hier machen? Da ist irgendwie eine Schlange hinter. Keine Ahnung, was ich da machen kann. Vielleicht da mit den Blumen... Hä? Mit den Kräften der Blumenpatronen könnte ich das Pflanzenmonster besiegen. Frühlingsbrunnen habe ich ja schon. Rosenkugel. Efeukugel. Okay. Und jetzt noch die Nächsten, oder was? Jetzt kommt das mit den Blumen. Okay. Jetzt wusste ich nicht, dass ich die jetzt zerpfeffern soll, damit die Sachen da rauskommen. Und jetzt kommt das mit den... Edelweiß? Weil das eine Blume ist. Und die Letzte mit den Kräften der Blumen. Ja, okay. Jetzt kommt die Feuerrosenkugel. Also alle Kugeln... Alle Kugeln zerschmettern. Oh! Are you trying to reach the tower? Follow me. And I will show you one of the seals to the secret path. Da schwebt der Geist dahin. Ist Melanie? Ich sollte ihr folgen. Aufgabe aktualisiert. Das steht jetzt hier. Finde die drei Siegel, die das geheime Portal öffnen. Ich glaube, hier gehört ein Wappen mit einem Schwert hinein. Pass mal auf. Haben wir schon. Hoho. Sehr schön. Wofür sie hin? Ich weiß es nicht. Ich sammle mal hier einen Spazierstock ein. Und? Ein Parabelteil? Na, meine Steinblume flieh da. Okay. Aha, zu diesen Porzellanpuppen gehören Halsketten. Aha, so, ja. Wollen wir noch was Schönes? Der Narzissen-Schlüssel. Aha. Der Geist war Königin Melanie. Es muss einen Grund geben, warum ihre Seele keine Ruhe findet. Mensch, Melanie. Da ist das Schild. Und da ist jetzt was drinne gewesen? Porträt von Melanie. Jemand hat da etwas hingeschmiert. Vertraut der Amme nicht. Oha. Was ist hier? Ein Blumenstrauß. Warte, dann geben wir der den anderen. Jetzt ist es symmetrisch. Die brauchen aber noch Kopfschmuck. Kriegt die Moosentferner auf den Kopf. Nicht. Gut. Äh, ja. Ist hier noch irgendwas? Bestimmt. Bestimmt ist hier noch so ein... So ein Dingens. So ein Chamäleon-Objekt. Da war's. Hahaha. Aber gerade mal 12 von 20. Das ist jetzt nicht so actionreich. Die Kranken haben es auf mich abgesehen. Ich muss auf der Hut sein. Okay. Wer würde ich einfach so seine Zauberbücher liegen lassen? Ich weiß nicht. Melanie? Ich habe alles versucht. Doch noch immer raubt die Berührung Belladonnas an jeden die Lebenskraft. Rapunzel erhielt die Gabe des Lebens und Belladonna die Gabe des Todes. Beide sind sie meine geliebten Töchter. Wie konnte die Göttin nur so grausam sein? Ach, so war das. Der König liebte seine beiden Töchter sehr. Eine ist also für Leben, andere für Tod. Ein Exemplar der verfluchten Blume. Sie begann nach Belladonnas Geburt wieder im Königreich zu blühen. Was ist hier? Eine Kutsche ohne Pferd wird den Schloss Balni erreichen. Nee. Da haben wir noch was und noch was. Glockenblume 525. Da kann was rein. Der Stein muss herausgefallen sein. Spiegelamulett wird es nicht sein. Das haben wir gerade erst eingesammelt. Ohne ihre Schwanzschlüsse kann die Meerjungfrau nicht nach Hause schwimmen. Wir haben eine. Und ein Wimmelbild. Sehr schön. Okay, geht los hier mit grünen Dingen. Muschelkram. Tippen wir ein bisschen wild rum. Vor allem hinter mich ist jetzt doof. Ja, so. Ich glaube, jetzt habe ich es hier. Gut, dann, ja, gucken wir mal jetzt so ein, wie immer ein Schnörkelding. Das da. Nämlich dann noch diese, dieses sieht aus wie so eine, was soll das eigentlich werden? Das ist Saphir-Diadem, okay. So, das auch. Und dann noch das, das da. Nee, das ist nicht. Das hier auch nicht. Da ist es. Ich hätte so eine Art Diadem. Und, achso, das war das Kleine. Nee, das Große suche ich eigentlich. Da ist es. Nein, das war es auch wieder nicht. Da ist es. Ha. Okay. Okay, haben wir das auch geholt. Ja. Warte, da ist noch was zum Einsammeln. Das ist aber auch alles hier bunt. Ich liebe ja Mehrungfrauen, ne? Dark Parables hat ja auch schon Mehrungfrauen teil. Darauf freue ich mich auch sehr. Sehr, weil ich liebe Mehrungfrauen. Es müsste viel mehr Spiele mit Mehrungfrauen gehen. Die Gemälde zeigen, wie lebhaft ist eins am Hofe zugegen. Ein Exemplar der verfluchten Blumen. Sie begann nach Belladonna. Sie haben... Das haben wir auch schon. Äh. Hm. Na gut, dann gehen wir wieder. Wie ihr meint. Haben die jetzt... Das kann die tragen und... Ach, das hat schon reich. Ja. So, da ist das Pferd. Huch. Ob das die... Ob das die sterblichen Überreste des letzten Königs sind? Das Reich wurde vom Unglück heimgesucht. Oder eingeholt. An diesem opulenten Thron fehlt auch etwas. Nee. Nee, 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 nee. Das alles nicht. Das ist eine Schublade. Das sehe ich doch. Das geht auch nicht. Batterie von Melanie. Melanie. Und nochmal Melanie. Na gut. Und nicht. Chamäleonobjekte. Das ist das Wappen von Floralia über dem Thron. Da war das Chamäleonobjekt. Mhm. Erwischt. Gut, dann. Tschüss. Wir haben ja hier noch mehr zu tun. Zum Beispiel können wir hier bestimmt den Schlüssel... Oder den Schlüssel. Okay. Keiner der Schlüssel. Das war ein Zepter. Das geht natürlich nicht. Warte, ich kann ja auch nochmal... Na, das kann man natürlich auch machen. Äh... Ob ich das abschaben kann? Moosentferner. Ah, jawohl. Ich brauche ein Emblem mit einer reflektierenden Oberfläche. Wie zum Beispiel so ein Spiegelding. Dann machen wir das mit dem Moos hier auch nochmal. Wo ist denn der Moosentferner? Haben wir jetzt keinen mehr? Cool. Okay. Um das geheime Portal zum Turm zu öffnen, sind drei Siegel nötig. Da haben wir noch was gefunden. Kette mit gestreifter Schleife. Gestreift. Das ist das Wichtige hier in dem Spiel. Dann vielleicht die Spiegeldinger. Nein, okay. Dann nicht. Dann nicht. Ach, da fehlt noch ein Pferdchen. Okay. Dann hab ich Späsch. Ja, es sind so viele Räume hier. Achso, die sollen jetzt was kriegen. Ach, die gestreifte Schleife. Das wird es bestimmt sein, ne? Äh, vielleicht hier oben eher. Okay, die andere mit gestreifter Schleife. Okay. Weil das ja auch gestreift ist. Mann. Okay. Mit schwarzer. Fertig. Das ist das andere Pferd. Und da ist noch ein Gewicht. Und der König konnte seine Tochter nicht töten, obgleich er wusste, welche eine Gefahr sie darstellte. Er schloss sie im Turm ein und hoffte, dass jemand ein Heilmittel finden würde. Das ist natürlich irgendwie bitter. Ja. Da geht's, Pika. Pika, ich, gleich. Gewicht. Porträt von Melanie. Melanie, Melanie. Ich wollte da gar nicht weg. Ich will nochmal zum Pferd. Und jetzt geht das auf. Oh. Und was kriegen wir? Die Schwestern, zwei von vier. Sehr schön. Emblem des Königs. Ah, okay. Der Stein. Der Stein. Hatte ich schon ausprobiert, ich weiß. Gut. Nicht. Das hier vielleicht... Jawohl. Das sieht wie ein Schrein der beiden Königinnen aus. In den barocken Rahmen fehlen die Porträts der Königin. Porträt von Melanie. Haben wir schon mal. Und wo ist Rapunzel? Rapunzel. Rapunzel. Durch einen geheimen Gang bringen wir Essen und Kleidung zu Belladonna in den Turm. Auch der König besuchte seine Tochter häufig, doch ließ er sie niemals... Ließ er es sie niemals merken. Die Familie hat so viel durchgemacht. Ja, das ist wohl wahr. Die Armen. Wie ein Chameleon-Objekt. Ey. Das ist ein Himmene. Ja. Ich glaube, ich brauche mal einen Tipp. Ich soll da tatsächlich was machen können. Der Stein muss herausgefallen sein. Pfeilchenmedaillon. Das wird es jetzt sein, ne? Oh, gerade eingesammelt. Was ist das jetzt wieder? Porträt von Violante. Ach, Violante heißt die Schwester. Entschuldigung. So. Nu. Steinblume, Kameliot, 16 von 20 und was zum Lesen wieder. Die giftigen Pollen verpesten die Luft des gesamten Reiches. Sie haben bereits zu vielen das Leben gekostet. Ich habe die wenigen Überlebenden fortgeschickt. Doch ich bin der König und werde mit meinem Reich untergehen. Ich kann nur hoffen, dass meine Tochter nach dieser Tragödie ihr eigenes Leben lieben... ... lernt. Ihr eigenes Leben... Ihr eigenes Leben leben können. Ja, war ein komischer Satz. Bau. Die letzten Worte eines stolzen Königs und liebenden Vaters. Ja, komm, da brauchen wir mal ein bisschen besser schreiben können, der König. Also. Oh. Teile der Wand leuchten auf. Bestimmt muss ich auch die andere Seite zum Leuchten bringen. Wieso? Das Turmwappen an der Wand hat bestimmt etwas zu bedeuten. Äh. Äh. Ja. Dann. Spiegelwappen. Da muss jetzt wieder was Ref... Reflektierendes rein. Oder... Nee, das passt auch nicht. Das hatten wir schon. Hm. Nee. Also da kann ich jetzt irgendwie nichts mehr machen. Nee. Ja, dann... Ähm. Gewicht. Das kann ich irgendwie nicht wegmachen. Porzellanvogel. Spiegelwappen. Spazierstock. Hier den Vogel kann ich ins Nest setzen hier nie. Ich bin ein Stacheldrafen. Ach ja. Die Schlange. Gibt es ein Porzellanvogel? Oh. Gewicht auf dem Kopf. Auch wenn man die jetzt da nicht sehen kann. Was kann ich denn da mal reintun? Mit reflektierender Oberfläche. Spiegelarmolern immer noch. Spiegelwappen. Spiegelwappen. War auch derselbe Stein. Dann können wir jetzt nach links gehen. Das ist ja prima. So, da ist noch was. Da sind Schmetterlinge. All die Blumen. Als würde ein Fest zu ihren Flora geben. In dem Kerzenständer fehlen drei Kerzen. Im Gleichgewicht der natürlichen Kräfte blühen und sterben die Blumen mit dem Wechsel der Jahreszeiten. Ah. Oh Gott, ich erschrecke mich immer hier voll. Es ist immer so ruhig und auf einmal BAM! Der Golem. Nichts wie weg. Hier. Stacheldrahtschere. Was ist hier? Hier fehlt ein Schmuckstück. Erstmal sagst du was für ein Porträt. Zur Verlobung von Prinzessin Rapunzel und Prinz Roland. Möge die Göttin ihre Verbindung segnen. Eine Kerze und Steinblume, Mondblumen, 18 von 20. Das haben wir ja schon davon fast alle Blumen. Das ist ja sehr schön. Ein Schmuckstück soll dahin. Vielleicht eines der Zepter oder so. Das ist ja kein Schmuckstück. Eine Rose? Ne, glaube ich auch nicht. Ich brauche Objekte, die drei Abschnitte eines Vogellebens zeigen. Was ist mit dem Vogel hier? Er kann doch schon mal da rein. Rapunzel, Patronin der violetten Glockenblume, der Blume des Lebens. Ihr Gesang schenkt Hoffnung und inneren Frieden. Die heilige Glockenblume, die Lebenskraft schenkt und Heilkräfte hat. Identifiziert sich Rapunzel mit eingesperrten Vögeln? Ich sollte nicht zu lange verweilen. Der Golem kann durch die kaputte Decke eindringen. Das Dominionobjekt erstmal nochmal. 15 von 20. Sehr schön. Da haben wir auch noch was. In den Käfig steckt etwas, aber so bekomme ich ihn nicht auf. Aber wir haben doch so viele... Vielleicht kann da das Gewicht drauf. Gött hier was drauf? Da brauche ich einen mechanischen Vogel. Vielleicht kriegen wir den dann da drinnen später. Ich hoffe, hier ist jetzt dann nichts mehr. Warte, da war doch noch... Okay, geben wir auch gleich nochmal hin. Hier das Porzellanei kann ich da auch schon mal rein tun. Das wollte ich noch machen, bevor ich es vergesse. Hier gehört das Symbol eines Baumes hin. Ach, die hat noch was in der Hand. Roter Barrel. Sie müsste eine Art Stab in der Hand halten. Wir haben das. Wir haben ein Scepter. Und dann kriegen wir noch was Schönes. Und zwar eine Dämonenfigur. Okay. Der ausgeglichenen Prinzessin wurde die Blume des Schnees gegeben. Der selbstlosen Prinzessin wurde die Blume des Lebens gegeben. Dem temperamentvollen Prinzen wurde die Blume des Feuers gegeben. Der verwünschten Prinzessin wurde die Blume des Todes gegeben. Der ausgeglichene Prinzessin wurde den Schnee. Genauso hatten wir schon. Der geduldigen Prinzessin, Blume des Schutzes. Und treu sorgenden Prinzessin, die Blume der Zerstörung. Aha. Dann haben wir noch eine Kerze gehabt. Die können wir auch schon mal hinstellen. Noch eine mehr. Okay. Gehen wir mal da hin. Was ist hier passiert? Wer ist da? Gerda? Bist du das? Das ist bestimmt Gerda, aber sie reagiert nicht. Hoffentlich ist ihr nichts Schlimmes zugestoßen. Gerda? Auf diesem Sockel sind Engelsflügel abgebildet. Ja, dann kann ja hier diese Dämonenfigur hin. Die Dämonen-Dingern. Und die andere haben wir noch nicht. Finden wir aber bestimmt. Da, noch ein Parabelteil. Ne, eine Blume ist das, ne? Eine Steinblume Hortensie. 19 von 20. Unglaublich. Und, den Vogel noch? Diese arme Puppe hat fast alle ihre Kleidungsstücke verloren. Die Zeichnung zeigt die Puppe mit Schuhen, einem Kleid und einem Hütchen. Haben wir überhaupt irgendwas zum Anziehen für die? Nö. Die Kälzen hängen mit dem Docht nach unten. Gehören sie zu einem Zauberritual? Ohne Patronen und als Blume des Todes erachtet, ist die verfluchte Blume im ganzen Königreich vernichtet worden. Diese, ja. Diese Seite zeigt die Dunkelblume auch unter dem Namen Teufelskirsche bekannt. Dieses verfluchte Wegs kann sogar zum Tode führen. Die Kerzen nehmen wir noch mit. Achso, das hatten wir ja hingetan. Dieser Raum ist nicht nur düster, was das Licht betrifft, sondern hat auch eine düstere Ausstrahlung. Wo ist hier das Chamäleon-Objekt? Bin so gut dabei im Moment. Es gibt in jedem Bild eigentlich eins. Vielleicht hier oben oder hinter mir so. Da oben. Ich klicke jetzt einfach mal, es muss doch irgendwo hier sein. Manchmal sind die natürlich auch sehr fies. Was ist das denn? Das sind doch meistens so ein Fenster oder so. Es kommt die ganze Zeit auch so viel Schrift. Ich sehe aber nichts bewegen. Also außer den Kerzen jetzt meine ich jetzt. Das bewegt sich nichts, wo ich das sehen kann. Chamäleon-Objekt. Ne, ich finde es gerade nicht. Gut, ich gehe mal eben hier... Ach, da ist ein Himmelbild. Das machen wir dann nochmal. Und dann gehe ich nochmal und mache den Stacheldraht weg. So, es sehen schon ein paar Teile aus. Könnte man die direkt so einsammeln. Dann geht es jetzt hier ans Suchen wieder, ans richtige Suchen. Das gelbe Ding will ich dann den braunen Stab. Ich hoffe, der ist nicht... Okay, da war was hinter mir. Das ist blöd. Da ist das Ding gewesen. Das wollen wir auch. Und jetzt noch ein kleiner Knopf. Sehr schön. Oh, uns fehlt aber noch was. So ein... Türkisendes Ding. Das müsste irgendwo getan sein. Soll es ja auch sein, da ist es. Ich glaube, wir haben alles mechanischer Vogel. Ach, den haben wir uns selber gebastelt. Mal eben. Ja, die Schlange. Die Schlange. Was habe ich jetzt bekommen? Puppenschuhe. Ach, dafür ist es da. Kutschenschlüssel? Nee. Ja, wenn wir die Schlange hier wegkriegen, dann haben wir wenigstens auch schon mal den Schlüssel. Nee. So. Kann natürlich auch sein, dass hier noch überall Chamäleonobjekte sind. Und ich sehe es nur nicht. Ah, die kleinen Schmetterlinge. So, Jojo. Dann kriegt die schon mal ihre Schüchen. No? Immerhin. Und ich schmecke ganz so nackig an meinen Füßen. So. Kleiner mechanischer Vogel. Wie gerne würde ich mit dir gehen, nur den Himmel als Grenze haben. Doch ich bin meinem Königreich gegenüber verpflichtet. Wenn mein Gesang den Leuten im Reich Freude spendet, dann werde ich willentlich die Rolle der Nachtigall übernehmen. Auch könnte ich niemals meine arme Schwester in ihrem Gefängnis sich selbst überlassen. Ach, ich wünsche, wir drei wären frei und könnten gemeinsam die Welt erkunden. Das ist ja süß. Rapunzels Worte geben ihrer Sehnsucht Ausdruck. Rapunzel. Gut. Dann ist hier, glaube ich, nichts mehr. Wir haben eine Puppenhaube noch gefunden. Dann kriegt das Mädel jetzt auch noch ein Räubchen. Räubchen. Was ist das hier? Köcherschnalle. Ich würde sagen, wir packen mal den Vogel noch hier rein. So. Ein nächstes Wimmelbild. Sehr schön. So, dann sammeln wir mal los. Sammelwut. Okay, ähm, ich soll eine Figur finden. Und zwar, die Figur an sich ist hier hinter mir wieder was, sonst sehe ich es nicht. Okay, ist ein türkisener Stein. Wo ist denn die Figur? Okay, dann suche ich jetzt den Flügel. Da ist die Figur. Guck mal, wenn ich das andere anfange zu suchen, dann zeigt sich das andere schon von allein. Wo ist der Flügel? Da ist der Flügel. Dann noch die Kette. Dann noch ein Kreuz. Ein Kreuz? Ein Kreuz, ein Kreuz? Hm. Dann noch so eine Art Stein. Jetzt habe ich aber trotzdem das... Ne, ich muss auch das noch finden. Ist das nicht das hier? Es sieht genauso aus. Das hier? Das da. Das Kreuz, Leute, das Kreuz. Wo ist denn das? Kruzifix normal. Ja, ich bin blind. Ich bin blind. Das war ganz klein. Mit Größerem gesucht. Dann haben wir jetzt die Engelsfigur. Das ist ja wunderbar. Ist jetzt hier noch was? Nein. Bewegt sich hier noch was? Ist hier noch ein Chameleon-Objekt? Oder etwas anderes? Wir werden es sehen. Oder auch eben nicht. Engelsfigur-Druf. Zum Glück nur eine Puppe. Gerda. Die Schneekönigin? Nein, Schneewittchen. Wie kommt sie hierher? Es ist so viel, was ich möchte sagen. Aber ich weiß, Gerda ist jetzt in Gefahr. Lass mich, meine Hilfe. Willkommen oder nicht. Ich kann nicht standen und sehen, dass mein Bruder Ross zufragen. Geh dieses Gemstone. Es hält eine Partie meiner Macht. Es kann dir von Vorteil sein. Das ist ja cool. Da die Schneewittchen, die Schneekönigin. Und ja, das ist so schön animiert. Aber die Spiele werden echt immer schöner. So toll, wie die das hier machen. So dieser ganze Flair. Ich bin Angst, dass ich dich nicht mehr mitbekommen kann. Die Pollen ist für mich zu gefährlich. Rapunzel's Macht kann das Spell, das sie unterliegen. Wenn du es aufhören kannst, kannst du sie schützen. Ich glaube, die Antwort ist hidden. Noch was? Ich bin Angst, dass ich dich nicht mitbekommen kann. Ich habe immer... Noch eine Kerze und das Häschen. Das war die Schwester 3 von 4. Sehr gut. Okay. Dieser Raum ist nicht nur düster. Ach so, ja. Mhm. Gut. Ist diese Schnalle, findet das kleine Mädel da? Nee. Nee. Uns eigentlich fehlt nur noch das Kleid, ne? Ich glaube, sonst haben wir alles. Die Kerzen können wir dann auch schon mal hinstellen. Aber mir fehlt immer noch das Chamäleonobjekt eigentlich hier. Was sehr blöd ist, dass ich das jetzt hier nicht gefunden habe. Die bewegen sich aber auch gar nicht immer so auffällig. Manchmal muss man einfach so per Zufall draufdrücken. Oder es ist etwas an einem falschen Platz sozusagen. Na, wenn ich hier oben hingehe, dann kommt immer das selbe. Okay, dann gehe ich mal. Äh, Symbol des Baumes. Der Kristall gehört da wohl nicht hin. Dann mache ich jetzt mal die Kerzen. Wo waren die nochmal? Wo sind denn nochmal die Kerzen? Da ist sie. Da ist das Puppending. Kann man da noch ran? Da hat aber jemand einen grausamen Sinn für Moor. Ja, wer macht denn da die Puppe hin von Gerda? Mensch, da ist ein Chamäleonobjekt. Klasse. 16 von 20. Aber ich habe es in einem anderen Raum noch nicht gefunden. Oh Mann. Bin ich so Chamäleon-Teil-geil irgendwie? Jetzt will ich die auch alle finden. Hm. Das kann ich immer noch nicht wegmachen. Ähm, da auch nicht. Hier noch was? Nee. Doch, da ist noch was. Ah, da können wir das einsetzen. Alles klar. Was kriege ich jetzt? Was ist denn das? Sehne. Aha. Ich brauche keinen gewöhnlichen Pfeil. Brauchst einen Magic-Pfeil oder was? Hm? Hm? Ja. Vielleicht können wir mit dem Pfeil die Schlange irgendwie abpfeffern. Das ist auch nicht. Ah, komm. Was kommt dann? Bergkristall, Perlen der Sirenen. Weiß ich nicht. Was wollt ihr von mir? Hä? Was soll ich denn da machen können? Nee, die kriege ich doch so nicht los. Doch Quatschi. Ich soll hier die Schlange jetzt machen? Ach so, ich hab noch ein paar Sachen. Werden wir mal Spazierstock? Ach so. Ach so. Ja, ich hatte noch mehr Sachen. Deswegen. Aber das, das, äh... Das hier Moos-Zeug hab ich trotzdem nicht mehr, ne? Nee. Gut, Kuttenschlüssel. Mimmelbild. 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 So. Hier wird alles abgesandt und abgeräumt. Wie das auch immer wieder ordentlich hier aussieht. So, jetzt hab ich aber auch schon ganz schön viel eingesammelt eigentlich. Fehlt mir noch das da. Und das mit dem roten Stein. Das da. Das war's. Thronwappen mal eben. Zack. Kerti. Ja, dann können wir das ja endlich mal einsetzen hier beim Thron. Das fehlt mir schon die ganze Zeit. Wunderbar. Alles dabei? Alles weg? Jawohl. Oder? Ja. Dieses ausgeklügelte Versteck. Bestimmt löst der Hebel einen Mechanismus aus. Ja, ganz eindeutig scheine einen Mechanismus aktiviert zu haben. Och, Melanie. Ich bin Queen Melanie. Meine Königin ist in danger. Weil ich habe das Fehler gemacht, zu glauben, Mother Gothel. Bitte. Du musst nach der Bibliothek. Meine Frau, Belladonna. Sie hat das Schreckliche Kraft wegen der Mother Gothel und das... ... Flower. Es war alles Gothel's tun. Es war sie's fault. Ich war so schuldig. Ich kurs die Zeit, die ich nie hörte. Von Schuldgefühlen erfüllt findet der Geist von Melanie keinen Frieden. Oh mein Gott. Was ist mit Melanie los? Die war jetzt aber sehr verzweifelt. Da müssen wir ja was gegen tun. Großes Juwel. Ja, danke. Ja. Ist hier noch ein Chameleon-Objekt? Sonst gehe ich jetzt und so. Nein, sonst mache ich einen Cut. Das müsste ich mal tun. Und zwar sehen wir uns in diesem Paar von Dark Parables Rapunzel. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann.